Also letzte Woche, oder letztes Mal hatte ich 28 Punkte, ich glaube das müssten wir auch schaffen, eine gute Runde noch, dann haben wir es. Erste Runde 7 Punkte, ja, hey Michael, was hast du immer mit deinem Problem, ich kann es nicht zocken, natürlich kannst du es zocken, so dumm. Ich werde zweimal hintereinander schnell hier geholt, im early fight, einmal ohne Waffe auf Fresh. Sobald ein Gegner meine Nähe kommt, kriege ich direkt so einen kleinen Lurys, Alter, so Angst. Das war die schnelle Ska, oh nein, ist er weg. Der hat Ska und Grappler, Alter. Ich klebe Frenzy wieder, die klassische Rote, da so rein, bin ich auf der sicheren Seite. Oh, oh shit! Hey, nein. Oh, oh, oh. Jawoll! Hilfe! Du bist ja nett! Digger! Er hat Angst! Ich muss ihn aber pushen. Ich muss irgendwie in die Zone kommen. Der muss hüten! Let's go! Trampo! Ska! Oh mein Gott! Wo ist der Grappler? Ich bin überfragt! Ich bin überfordert! Ich schwöre! Hilfe! Beziehungsweise glaube ich noch den Fisch. Wo ist der Grappler hin? Da! Ne! Da oben! Schießt Jungs! Jetzt bin ich der mit Ska und Grappler! Oh nein! Entschuldigung kurz Jungs! Ich habe sogar noch einen Jump-Pack! Haben jetzt die Gegner Angst vor mir? Ich glaube schon! Wie? Das fühle ich gerade maximal! Ich brauche mit! Warte! Das war jetzt! Es Magnmusik. Es ist mir so schwer! Warte! Das ist mir so schwer! Top 15 Ja wie kann jeder so Auge machen Ist nicht irgendwo ein Lazy? Ich bin's Leo, dankeschön für den Zap Boah, connect die doch Ist das ein Gegner? Ja, oh Gott Meine Sensi wurde schon wieder so geändert Kai, dankeschön für den Zap Die Frage ist, gönne ich mir den Loot Shop oder nicht? Mach doch nicht diesen Junge Ich habe einen Laufen Okay. Bruder, ich hab den Grappler, hast du keine Angst vor mir? LASERED! Die Runde gefällt mir richtig mit Grappleiter. Die Runde gefällt mir richtig mit Grappleiter. Die Runde gefällt mir richtig mit Grappleiter. Hallo? Zum Glück hab ich noch schnell geeditiert. LASERED! Nein! Bruder, wo ist der? Der muss kommen. Jawoll! Jawoll! Na, na, na! Nein! Digga, Arsch, der Weltzone. Was ist das für ein Laserutensil? 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 Oh. Nein! 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 Mein Gott! Skoljum! Mein Schafren der Metz genau jetzt! Let's go Jungs! GG's! Leute, wie viele Kills hab ich gemacht? 9 Kills! WTF! Easy Upload! Easy Upload Land, Leute!